Hi, ich bin Sina, Frau Lankhaus und heute soll ich euch mal ein bisschen erzählen, wie ich Weihnachten feiere. Und zwar, ich wohne ja momentan zum Studieren in Stuttgart und Weihnachten fahre ich dann mit meinem Mann zusammen nach Hause zu meinen Eltern und ich koche mit meiner Mama schön zusammen und da gab es aber mal eine ziemlich witzige Geschichte und zwar haben wir zusammen gekocht, wir haben so Fondue gemacht und es stand auf dem Tisch und wir hatten gerade Bescherung, wir haben Geschenke ausgepackt und plötzlich schreit meine Oma im Hintergrund nur so, wir drehen uns um und unser Küchentür stand in Flammen, also nicht einfach nur so der Herr gesagt, es hat wirklich gebrannt und ja, das waren schöne Weihnachten, wir haben ihn löschen können und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest und wir sehen uns gesund und munter im neuen Jahr wieder. Schöne Weihnachtszeit euch ein.